Dieses Jahr war ein extrem spannendes Jahr auf LinkedIn, denn tatsächlich haben viele Leute sich darüber beschwert, dass die Reichweite auf LinkedIn zurückgegangen ist. Und diesen Trend haben wir auch beobachtet und frühzeitig entgegengewirkt, weil wir angefangen haben, wie Wahnsinnige zu testen, was jetzt funktioniert und was nicht. Das hat am Ende dazu geführt, dass wir nicht nur unsere Reichweite mit dem Content halten konnten, sondern natürlich auch die Reichweite unserer Kunden halten konnten und das Ganze auch weiter gewachsen ist. Und ich dachte mir, am Ende des Jahres machen wir mal einen kleinen Rückblick auf die Top 10 meiner LinkedIn-Posts in 2023 und schauen uns ganz genau an, was wirklich die Erfolgskriterien waren für diese 10 LinkedIn-Posts und vor allem, was du daraus für dich in 2024 lernen kannst, weil diese Erfolgskriterien natürlich auch fürs nächste Jahr relevant werden. Bevor wir heute starten, ganz wichtige Frage, bist du schon Mitglied von unserer Social Leads Academy? Wenn nicht, dann sicher dir noch den 14-tägigen Probezugang. In der Academy lernst du wirklich Schritt für Schritt, wie du den roten Faden für deinen Content auf LinkedIn endlich findest. Wir bauen gemeinsam wirklich ein Content-System mit dir auf, wo du wirklich entspannt den Content vorplanen kannst für mehrere Wochen, für mehrere Monate. Und wir zeigen dir vor allem, wie du wirklich Reichweite mit deinem Content aufbauen kannst und diese Reichweite dann sympathisch in Termine und Kunden verwandeln kannst. Und dort gibt es wirklich jede Woche Live-Workshops gemeinsam mit mir und Leuten aus meinem Team. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, dich dort mal live begrüßen zu dürfen. Wenn also noch nicht geschehen, sicher dir den kostenfreien Probezugang. Den Link dazu findest du hier direkt unter der Folge. Wir starten mit der Folge und Platz Nummer 10 mit dem Post Meine Frau hatte mal wieder recht. Der Post hat über 25.000 Ansichten bekommen. Und hier tatsächlich, muss ich gestehen, macht natürlich die Headline und das Bild einen riesen Unterschied. Zum einen ist die Headline gut, weil ich glaube, jeder weiß, dass Frauen natürlich immer recht haben. Das habe ich hier einfach aufgegriffen. Es weckt natürlich Neugierde, in welchem Punkt hatte meine Frau recht. Und zum anderen natürlich ein recht sympathisches Bild. Rio haben wir auch mit ausgepackt, der hier hinter mir gerade rumtigert. Die Story von der Moral tatsächlich ist eine Story, wo ich irgendwann mal einen Podcast gehört habe und über das folgende Zitat gestolpert bin. First happy, then wealthy. Und das ist tatsächlich etwas, was Farina von Tag 1, seitdem wir uns kennen, gepredigt hat. Und natürlich nur sagen konnte, Robert, ich habe dir das ja schon immer gesagt. Und ich nur sagen konnte, ja, du hattest recht. Aber es ist cool zu sehen, diese Kombination aus wirklich einer Headline, die Neugierde weckt, dem richtigen Bild und einer guten Story, dass das zu 27.000 Ansichten führen kann. Jetzt ein ganz anderer Winkel und mal eine Frage, eine provokante Frage. Ist es normal, am Ende von Sales-Gesprächen beleidigt zu werden? Der Post hat 30.000 Ansichten fast bekommen. Und das ist tatsächlich eine Kategorie auch, die wir so in den letzten Monaten in diesem Jahr entdeckt haben. So wilde Sales-Geschichten. Ja, also was alles sozusagen vertrieblich in der Welt passiert, dass das gut funktioniert. Und tatsächlich ist es uns passiert, dass eine potenzielle Kundin berichtet hat, dass sie wirklich von einem vermeintlichen Branchenkollegen, also jemand, der auch irgendwas mit LinkedIn macht, beleidigt wurde, als sie am Ende nicht gekauft hat. Und das ist natürlich nicht nur irgendwie völlig unter aller Sau, sondern widerspricht auch sämtlichen meiner Werte. Weil ich wirklich für hanseatische Werte stehe, an der HSBA in Hamburg studiert habe und da unterschreiben musste, dass wir wirklich uns dem hanseatischen Kodex sozusagen unterwerfen. Und dann sowas zu hören, ist einfach völlig verrückt für mich. Und deshalb hat, glaube ich, auch diese Headline sozusagen funktioniert, weil der eine oder andere wahrscheinlich selbst mal so eine Story erlebt hat, vielleicht von Interessenten oder von Kunden mal gehört hat. Und das natürlich auch zu einer hitzigen Diskussion am Ende irgendwie geführt hat, was die Leute alles so erlebt haben. Und wirklich, die Kategorie ist unglaublich lustig geworden, weil da echt lustige Geschichten irgendwie rauskommen. Gleichzeitig natürlich auch erschreckend, was da für Sachen tagtäglich irgendwie praktiziert werden. Und es zeigt einfach nochmal, für welche Werte man selbst steht und dass man das niemals praktizieren würde. Nächster Post, super spannend. Und da war tatsächlich etwas, dass ich immer wieder auch Posts zu Büchern gemacht habe, aber die nie so richtig geflogen sind. Aber ich am Anfang des Jahres, genau vor elf Monaten Posts gemacht habe, meine Challenge, 223, 52 Wochen, 52 Bücher. Und das Witzige daran ist, dass der Post nicht nur 30.000 Ansichten bekommen hat, sondern das wirklich zu kontroversen Diskussionen geführt hat. Ich habe einfach für mich gesagt, dass ich im Jahr davor wahnsinnig viel gezockt habe, irgendwie Battlefield gespielt habe jeden Abend und dann gesagt habe, hey, wenn man es schafft, irgendwie jede Woche ein Buch zu lesen, kann man als Selbstständiger oder als Unternehmer nicht nicht erfolgreich werden. und habe mir einfach selbst gesagt, hey, dieses Jahr will ich viel mehr lesen. Und ich würde nicht sagen, dass bei 52 Büchern dieses Jahr rauskomme, aber bestimmt bei über 20, wenn nicht sogar über 30. Und das wieder einen riesen Impact für mich hatte, dass ich gelesen habe. Ich habe hier noch ein paar Tipps und ein paar Bücher dazugegeben, die ich empfehlen würde. Das Verrückte war, dass da wirklich voll die sozusagen Diskussion ausgebrochen ist, ob das sinnvoll ist oder nicht, so viel zu lesen. Also es gab wahnsinnig viele Kommentare darüber, dass das gar nicht sinnvoll ist. Lieber drei Bücher lesen statt irgendwie 52 lesen. 52 Bücher sind völlig unrealistisch und das war so spannend, weil sich Leute irgendwie so getriggert gefühlt haben, wie viel ich lese. Und das hätte ich tatsächlich auch nicht kommen sehen können. Es war aber spannend, dass das Buchthema einfach gut funktioniert, weil das am Ende auch alle unsere Kundinnen und Kunden irgendwie verbindet, dass sie gerne lesen. Und insofern war es schön zu sehen, dass man wirklich viele Leute, die gerne lesen, sozusagen eingesammelt hat durch diesen Post. Dann sind wir wieder in der Kategorie, und das ist einfach spannend, Sales. Und das war auch ein extrem kontroverser Post mit fast 35.000 Impressionen, mit der Aussage, ich habe sowas von keinen Bock auf ein Sales-Team. Und das war tatsächlich etwas, was ich irgendwann mal habe fallen lassen und mich natürlich entschuldigen musste bei meinem Sales-Team, die einen großartigen Job machen. Aber ich selbst einfach für mich gemerkt habe, dass ich nicht die große Sales-Person bin. Und das ist mir auch entlang des Weges irgendwann immer wieder auf die Füße gefallen, dass ich mich einfach nicht mit dem Thema unternehmerisch beschäftigt habe. Obwohl es eins der wichtigen Themen ist, mit denen man sich einfach beschäftigen muss. Aber hier wollte ich so ein bisschen eine Lanze brechen. Ich bin Marketer durch und durch. Dass das auch die Position ist, die ich am meisten Freude in meinem Unternehmen habe und deshalb mir auch Profis gesucht habe in meinem eigenen Team, die halt Sales machen. Und das hat natürlich zu richtig Feuerwerk geführt, weil hier sozusagen gab es die zwei Lager sozusagen, und das war richtig lustig. Die Marketer haben alle gesagt, ey, ich sehe das genauso, habe auch keinen Bock auf eine Sales-Höhle, habe keine Lust sozusagen irgendwie Kalterquise zu machen. Aber was rausgekommen ist, dass doch LinkedIn eine ziemliche Sales-Plattform ist. Ich weiß nicht, wie viele Vertriebler es in Deutschland gibt, aber es wird ein paar hunderttausend geben. Und die haben sich natürlich alle darauf gestürzt, wie wichtig Vertrieb ist. Und das habe ich auch nie angezweifelt und habe ich auch nicht mit der Überschrift sozusagen gesagt. Aber das hat schön gezeigt, dass einfach so kontroverse Themen und wo die Leute anfangen, lebendig zu diskutieren und was ich mir da auch alles anhören musste, war wirklich sehr unterhaltend, dass das Zunder ist, damit so ein Post richtig gut funktioniert. Und es war einfach nur ein Statement von mir und das ist halt, glaube ich, auch das Wichtige immer, dass man sich so unangreifbar macht, weil das einfach meine Überzeugung ist, dass ich keine Lust auf ein Sales-Team groß habe. Aber dass das natürlich für Diskussionsstoff gesorgt hat und das zeigt auch einfach, dass es nicht wahnsinnig viele Likes als die anderen bekommen hat, aber relativ viele Impressionen, weil hier viel diskutiert wurde. Dann auch Kategorie Sales und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, dass diese Vertriebsdimension genug Material liefert, um relativ viele Leute auf der Plattform zu erreichen. Ich war immer bei dem Thema so Produktivität unterwegs. Du siehst, Bücher ist hier ein Winkel. Was habe ich noch? Meine Frau hat recht. Aber wir sind hier schon beim dritten Sales-Thema, was in den Top 10 drin ist. Das bedeutet, wenn du breitere Themen haben willst, kannst du auf jeden Fall dieses Vertriebsthema mitnehmen. Und hier relativ simple Botschaft, sozusagen Pitchen auf LinkedIn ist keine Schande. Und das ist etwas, was immer wieder schlecht dargestellt wird. Also ich habe versucht, die andere Position einzunehmen. Es werden immer wieder Screenshots irgendwie gepostet von Leuten, die das halt nicht gut machen. Ich finde das irgendwie unter aller Sau, sowas zu machen, weil Leute öffentlich bloßzustellen, ist irgendwie, bist du nicht besser als die Person, die es einfach nicht gut macht. Und habe einfach gesagt, hey, Pitchen auf LinkedIn ist keine Schande. Weil ich werde es nie vergessen. Ich war irgendwann bei den Wirtschaftsjunioren und alle haben so getan, als ob man nur Netzwerkt und gemeinsam irgendwie Brötchen isst. Und jeder wusste, dass es darum geht, darüber Aufträge zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal auch die Tatsache so auf LinkedIn ist, dass alle so drumherum tun und sagen, wir sind alle hier just for fun, wenn es auf der Plattform um Business geht. Und das ist, glaube ich, so ein perfekter Winkel für Take a Stand. Also Pitchen auf LinkedIn ist keine Stande. Perfekte Aussage. Und einfach sage, warum ich davon überzeugt bin. Und das hat natürlich direkt Zustimmung bekommen von Leuten, die das genauso sozusagen sehen. Immer das Ganze natürlich auch, wenn man es richtig und sympathisch macht. Dann ganz cool, dass Schulzeit gut funktioniert. Und tatsächlich bin ich irgendwann sowohl über meine Zeugnisse gescholpert aus der Grundschule und aus dem Gymnasium und was da alles irgendwie für Sachen drin standen. Da ist man irgendwie hinten übergefallen. Ja, also wirklich unangenehme Sachen, wo man Bauchschmerzen bekommen hat. Und dann bin ich natürlich über dieses sensationelle Foto hier gestolpert von mir. Smart, legendäres Auto. Profis werden auch das Kennzeichen verstehen. Also wenn du es in die Kommentare schreibst, was es bedeuten könnte. Ich bin gespannt, ob es jemand knackt. Ein paar Leute haben es geknackt. Aber da ist halt eine coole Aussage. Sitzen geblieben und Abi 3.0. Robert, was soll nur aus dir werden? Wie viele Lehrer ich hatte, die meinten, ey Robert, krieg deinen Scheiß irgendwie hin, ob das was wird. Und ich weiß auch noch, im Studium gab es sogar eine, ja Robert, wenn du nicht irgendwie den Platz bekommen hättest, beim dualen Studium wärst du wahrscheinlich Bauarbeiter geworden. Und ich war so, what? Ich weiß immer nicht, ob das negative Motivation ist von Lehrern und Dozenten, um irgendwie, dass man Gas gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht. Und das hat am Ende auch dazu gehört, dass es zu 40.000 Ansichten sozusagen führt. Weil ich glaube, auch viele Unternehmer haben nicht gerade in der Schulzeit irgendwie geglänzt. Und das war cool, dass dieser Winkel so gut funktioniert hat. Wir rücken langsam in die Top 4. Ja, und das war spannend. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass der so weit funktioniert. Aber auch ein Winkel. Wir hatten Schule. Wir hatten relativ viel Sales. Alkohol. Und das tatsächlich auch in meiner Welt und in einem meiner Bubble halt überhaupt kein kontroverses Thema. Also ich kenne kaum befreundete Unternehmer und auch Freunde, die viel trinken. Selbst in meinem Team ist das gefühlt so auf Null gegangen oder so mal am Wochenende ein bisschen. Und deshalb dachte ich auch irgendwie, dass diese Headline gar nicht so groß funktioniert. Denn die Headline war, seitdem ich mit meinem Kopf Geld verdiene, trinke ich kein Alkohol mehr. Und wirklich aus meiner persönlichen Erzählung einfach, warum ich das Ganze gemacht habe, dass ich einfach gemerkt habe, ey, der nächste Tag ist für mich immer gelaufen. Und ich mache es einfach nicht mehr, weil mir der nächste Tag zu schade ist. Und was halt immer ein cooler Call to Action ist, wo man auch immer so ein bisschen testen kann, ob da sozusagen Feuer ist, dass die Leute sich für eine Seite entscheiden müssen. Zum Beispiel PlayStation oder Xbox. Heiße Diskussionen zwischen den Leuten, die PlayStation-Fans sind und die Xbox-Fans sind. Oder Battlefield und Call of Duty. Würde eine einseitige Dimension sein, weil ich glaube, es gibt mehr Call of Duty Leute. Windows oder Mac. Alkohol oder kein Alkohol. Und da ist wirklich was ausgebrochen. Über 40.000 Ansichten, über 200 Kommentare. Und die Leute waren wirklich so, ohne mein Bier nix. Andere waren natürlich kein Alkohol. Und das war irgendwie so verrückt zu sehen, wie viel da ist bei diesem Thema, wo ich niemals dachte, dass da wirklich was ist. Über 40.000 Ansichten, also zu Alkohol. Wenn du da irgendwie einen coolen Winkel hast, kannst du das natürlich nutzen. Dann ist das ein Thema. Headline ist, drei Gründe, warum diese Frau der absolute Wahnsinn ist, ist, glaube ich, der Winkel Wertschätzung. Ich habe einen kleinen Post dazu gemacht, warum Farina die großartigste Frau ist, die ich an meiner Seite haben darf. Das Ganze hat über 50.000 Likes irgendwie bekommen. Und es waren drei Gründe, die ich da genannt habe, die sie neben 100 weiteren sozusagen so einzigartig macht. Und es war irgendwie verrückt zu sehen, weil ich nur eine kleine Wertschätzung sozusagen ihr geben wollte und auch einfach der Welten zeigen wollte, wer da an meiner Seite tagtäglich ist. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass das sozusagen so weit marschiert. Ich glaube, jeder hat irgendwie mitbekommen, dass Farina und ich zusammengehören. Und dass das 50.000 Menschen erreicht. Nicht davon ausgegangen und dass das irgendwie 400 Likes bekommt. Also am Ende ist halt Wertschätzung der coole Winkel. Und das kann auch eine Mitarbeiterin sein, das kann ein Mitarbeiter sein, das kann irgendwie ein Freund sein, das kann ein Vorbild sein. Das einfach in den Post zu packen, ich glaube, das wird viel zu selten getan. Und es war cool zu sehen, wie gut das eigentlich funktioniert. Platz Nummer zwei ist, muss ich sagen, wirklich mein All-Time-Favorite ein Stück weit. Und da muss ich auch ein großes Kompliment an Farina aussprechen, die mich auf den Titel gebracht hat und auch ein Stück weit auf die Story gebracht hat. Und zwar saßen wir Anfang des Jahres zusammen und das war der erste Post nach der Weihnachtszeit und Silvester und so. Und alle haben gepostet, wie toll 2022 war und was sie alles erreicht haben. Und Farina meinte, ja, wenn du jetzt der nächste Dulli bist, der darüber erzählt, wie toll 2022 warst, gewinnst du halt nichts. Du musst es umdrehen, du musst das Gegenteil sagen. Und tatsächlich hatte ich mir in dem Jahr davor verdammt viel vorgenommen. Ich wollte irgendwie zwei Millionen Umsatz knacken, ich wollte joggen gehen, ich wollte YouTube-Video auf 10.000 Abonnenten, alles nicht erreicht. Und insofern habe ich die Headline genommen, Geständnis, ich habe 2022 alle meine Ziele verfehlt. Mit einem nachdenklichen Bild. Aber das Verrückte war, dass diese sportlichen Ziele irgendwie da drin waren. Und ich glaube, das hat die Leute auch so ein bisschen getriggert. Und das hat zu 430 Likes geführt, 180 Kommentaren, wo auch wirklich sich viele Leute getriggert gefühlt haben. Im Nachgang habe ich zahlreiche Posts irgendwie gemacht, die sarkastisch darauf eingegangen, sie es lustig darüber gemacht haben. Und das war irgendwie spannend zu sehen, was das irgendwie auslöst, so ein Post darüber, wo man einfach nur selbst erzählt, was man nicht erreicht hat. Ich hätte auch niemals gedacht, dass er so weit marschiert. Erfolgreichster Post in 2023, mit 66.000 Ansichten. Völlig verrückt, der kam nämlich gefühlt eine Woche danach, irgendwie nach dem Post. Verrückt, mittlerweile ist mein Handy komplett überflüssig. Backstory war, dass ich irgendwie, was habe ich hier, drei Stunden pro Tag an meinem Handy gehangen habe. Ich glaube, ich habe so viel wertvolle Lebenszeit in das Ding verloren und habe dann irgendwann alles runtergeschmissen. Und bin dann runter auf 30 Minuten pro Tag gekommen und habe das hier in dem Post sozusagen zusammengefasst. Der Winkel dahinter ist Produktivität. Und das ist halt das Spannende, dass man damit halt wahnsinnig viele Menschen erreicht, mit einer guten Story sozusagen zusammen und so einem kleinen Hack. Das lieben die Leute. Aber wenn man jetzt nochmal drauf schaut, ist es halt immer abhängig davon, von dem Überschriftsthema, wie viele Leute du erreichst. Es ist dann immer noch das Bild und die Headline, aber du siehst sozusagen, meine Frau hatte recht, ist halt Neugierde, kann man schwer reproduzieren. Dann die Sales Stories sind zum Beispiel spannend und deshalb ist auch ein Grund, warum wir das wirklich in meinen Contentplan aufgenommen haben, ist es nochmal von Sales Gesprächen beleidigt zu. Ein Sales, zwei Sales, drei Sales, drei Sales von zehn. Superspannend. Dann würde ich sagen, wirklich Schule ist so, kann man immer mal wieder einschmeißen. Alkohol kann man immer wieder mal einschmeißen. Dann Wertschätzung kann man auch immer wieder mal einschmeißen. Und hier Produktivität auf eins und zwei ein Stück weit. Das ist ja Zielsetzung und sozusagen das Thema Handy. Und wirklich in diesen Überschriften und in den Themen zu denken, ist halt immens entscheidend darüber. Du siehst, kein fachlicher Post ist dabei. Und das ist halt nochmal das, was man wirklich realisieren will, gerade wenn man in dem Spiel ist, möglichst viele Menschen zu erreichen, dass man dann doch schon brainstormen sollte, sozusagen, was Menschen sozusagen beschäftigt. Und hier ist es zum Beispiel spannend, dass auch wirklich in den Top 20 ist auch nochmal. Meine Frau hat mal wieder recht. Ich habe das nochmal genannt. Und hier fangen an, die Slideshows sind die ersten sozusagen, die richtig fachlich sind mit 20.000 Ansichten. Und das Coole ist, dass das, was ich dir gezeigt habe, wirklich auch für 2,24 gelten wird. Schau dir gerne die Posts nochmal in Ruhe von mir an. Aber überleg dir wirklich in diesen Überkategorien, ob du Storys dazu hast, schnapp dir das Thema Alkohol, schnapp dir das Thema Schulzeit, um da sozusagen wirklich alles zu haben, was du brauchst, um richtig gute Posts zu machen, die fliegen. Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle neuen YouTube-Abonnenten und alle treuen Abonnenten. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wir sind auf dem Weg zu 10.000 YouTube-Abonnenten, was mich extrem freut. Wenn du den Kanal also noch nicht abonniert hast, würde ich mich extrem darüber freuen. Ist komplett kostenfrei. einfach unter diesem Kanal hier auf Abonnieren klicken und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt in der nächsten Folge. Bis gleich.